hallo liebe leute wir haben uns heute wieder mal versammelt um gemeinsam eine folge transportiver 2 zu zelebrieren ja ich habe mich ein bisschen erholt von meinem riesen barmhubsausbau mittlerweile kann ich die armen ingenieure von stuttgart 21 verstehen es ist wirklich nicht so einfach wie man sich das vorstellt ja ich habe auch beim schneiden auch wieder mal ein paar sachen gesehen die ich vergessen habe und die nicht funktionieren können vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen wer da sehr sorgfältig zugeschaut hat wenn nicht wir beheben das jetzt erst einmal brauchen wir natürlich lkws hier im moment sollen da angeblich werkzeuge abgeliefert werden hier diesen bahnhof aber auf dieser hübschen linie hier werkzeugverteilung gibt es nicht ein einziges fahrzeug super super sache das war sofort ändern ich war ja mal auf stopp weil auch noch ein paar andere sachen nicht stimmen ich glaube ich sollte mir angewöhnen immer videos zu schneiden selbst wenn ich sie gar nicht als let's play plan weil sonst merke ich meine fehler nicht ja ob er vollkommen falsch so jetzt was wollen wir da haben werkzeuge das sind natürlich wenn wir die emissionsärmeren das sind dann die hier auch wenn ich ganz viel tragen können aber es fällt glaube ich so viel an ich denke damit sollten wir erstmal halbwegs glücklich sein gut punkt 1 erledigt punkt 2 im moment fährt hier irgendwo entzug auf dieser wunderbaren neuen linie große güterlinie ja da ist er unterwegs einsam und alleine ohne irgendwas dabei hat dieser flying scottsman so schön ok der ist hier schon unterwegs hat hier auch seinen zwischenhalt müsste er haben hält hier an gut was aber ganz was ich ganz vergessen habe ist dass der auch ziegel mitnehmen kann und er hält nicht in appleheim an also dass das ist natürlich dramatisch und das wollen wir sofort ändern also erstmal können wir wie soll ich da so viel gut das stimmt eh einiges nicht gucken ob das jetzt sich machen lässt und gucken ob sich der zug hier dazu hinreißen lässt seine gewünschten plattformen zu nutzen so also auf der hinfahrt einmal halten und dann nach ladenburg auch noch mal halten wobei ne da muss er eigentlich nicht weil er keine ziegel mehr dabei hat also wer dieser wegpunkt doch in ordnung gewesen ok gut aber jetzt nutzt er seine eigene seine eigenen gleise wunderbar ok also hier kann er theoretisch ziegel rauswerfen das problem ist da genauso wie bei ladenburg dass es da noch keine lkw linie gibt die diese ziegel dann zum verehrten kunden schickt der sie gebrauchen kann aber das waren wir schnell bevor den zug da weiter fahren lassen so dann nehmen wir eins irgendwie ganz zentral da fehlt natürlich auch noch die buslinien dann würde ich die passagierlinie auf die schiene gesetz aber eins nach dem anderen würde ich sagen ok erstmal eine kleine auto eine kleine lkw linie ok das geht so natürlich nicht da waren wir schon ein bisschen zu schnell wobei geworden der zug selbst kann ja schon fast alles erreichen na gut wir waren es natürlich richtig wir wollen es schon richtig haben sonst wundern wir uns nachher wieder warum keine kaum zu wenig werkzeuge da transportiert werden das kann ja dann auch die neue busplattform werden hier ja so von mir aus ladenburg güter also wieder nicht vergessen hier fahrzeuge zuzuweisen manche sachen sollte man einfach nicht vergessen so packen wir uns mal irgendwo hin wo es keinen so sehr interessiert also viel wird es ja wieder nicht sein denke ich mal was sie da transportieren müssen also das ist wahrscheinlich schon fast zu viel aber das kann man dann sehen noch passiert ja gar nichts hier fehlt das ganze auch seht ihr das ich habe hier eine brücke gebaut damit es keine straßenüberführung gibt ich bin sehr stolz auf mich ja also das wegen den drei häuser naja gut also wir denken ja groß dieses friedlichsfeld hat ja ganz viel potenzial nach oben das wird bestimmt noch werden bestimmt braucht man kaum ein bus unglaublich so das ganze noch mal ein eigenes straßendepot dazu also das wird wahrscheinlich wirklich nicht viel sein was die da bekommen werden lassen wir das mal dabei und hier bauen die trottel wieder die falschen straßen aha hui sieht aus als wäre da war eine industrie gewesen ich bin unschuldig ich kann mich nicht daran erinnern was soll das denn hinführen ah ui eigentlich recht große ortschaften hier ganz ohne mein zutun ja der hat natürlich mehr verdient als hier so ein trauriges dasein ohne jegliche verbindung oder irgendwas ja aber das kommt ja noch also das wird ja alles noch wunderbar angeschlossen haben wir jetzt hier ja okay appleheim auch noch und dann haben wir es geschafft so ziegel wo packen wir die hier mal aus da brauche ich mich ja schließlich wundern wenn der zug leer fährt wenn es nix gibt das ist das zeug überhaupt abtransportiert ausgezeichnet und da überlege ich gerade ob ich die lkw so hinschicken soll es dauert eh eine weile bis da irgendwas abgeladen wird ja komm sollen sie halt über land fahren ja genau so also jetzt müsste der zug eigentlich alles haben was er braucht damit er beladen wird lasst du dir mal wieder weiter fahren punkt erledigt als nächsten punkt hatte ich mir jetzt aufgeschrieben einen passagierzug auf die schiene zu setzen ja könnte ich eigentlich machen ich gucke gerade ich schiele so ein bisschen aufs geld das nimmt gerade natürlich ab durch diesen zug der noch nichts zu transportieren hat ich glaube ich kümmere mich doch lieber mal so ein bisschen um veraltete fahrzeuge mal gucken ob es da was auszutauschen gibt so also hier diese trams die sind schon recht alt gibt es ja mittlerweile was neues auch ja die hier halt aber die machen immer noch verlust also ich glaube ich nehme da auch mal ein paar raus das ist einfach zu viel vielleicht zwei drittel davon raus gerade mal die älteren zwei drittel ein drittel meine ich 13 machen wir so gucken ob sich das dann ob dann die verluste runter gehen kann man ja immer noch nachjustieren sowieso eine gute idee gewesen hier mal ein bisschen zu justieren und anzuziehen so okay ich habe natürlich nicht alle erwischt ja egal die werden immer noch ausgetauscht so heidelberg nord oh die machen jetzt auch mittlerweile verluste wie kommt denn das wie kommt denn das ist vielleicht daran dass hier jetzt auch irgendwie stau ist oder also ja kann sein dass vielleicht der privatverkehr mittlerweile ganz gut zugeschlagen hat so dass die lieber Auto fahren anstatt die Straßenbahn zu nehmen da würde ich dann eben irgendwann mal neue Straßenbahn einsetzen und dann sind die auch wieder schneller und ich werde jetzt hier endlich mal diese Straße ausbauen mit Busspur ja diese Brücke hier ich habe mich immer geschollt weil das doch ach Mist weil das doch recht teuer ist also recht teuer aber naja könnte schon helfen hier an dieser Stelle das wird auch recht teuer lohnt sich das überhaupt müsste man halt mal gucken hier wir beobachten das jetzt hier erstmal das ist auf jeden Fall eine gute Sache dass jetzt dann die Straßenbahn einfach überall dran vorbeifahren kann sehr erfreulich genau hier müsste sich dann der Stau auch bessern hoffentlich gut so was haben wir noch die hier sind natürlich sehr alt Heilberg Hauptbahnhof auch die sind auch schon so alt wer hätte das gedacht aber die machen immerhin Gewinn hier ja oh du herrlicher Bismarckplatz ja da ist schon viel los ok also Straßenbahn tausche ich jetzt grad mal nicht aus ja die sind ganz gut ausgelastet ja eine weitere Idee wäre hier auch den Hafen möglichst noch weiter hier hin zu verschieben so dass er von allen Punkten hier erreicht wird vom Bahnhof von der Lebensmittelfabrik ja das reicht eigentlich schon dann könnte ich mir diesen Zwischenschritt sparen der oh Gott sieht das blöd aus warum hab ich das gemacht hier was ist hier los ja dann würde ich mir diesen Zwischenschritt sparen der hier extra von dieser Plattform zu dieser Plattform oder umgekehrt Sachen hin und her fährt da fühle ich aber auch grad echt ein bisschen ein bisschen Überblick was hier alles los ist ach du meine Güte ist das durchdacht hat sich da irgendjemand was bei gedacht theoretisch ja was haben wir denn hier alles Heidelberg Rot ach die fahren zurück hier Südstadt Güte jetzt kann man eine andere Farbe bekommen hier Treibstoff das ist standardmäßig orange was ist mit dieser blauen Gini hier ach ein bisschen viel blau hier im Spiel gerade ach ein bisschen eine andere Farbe hier grün ja ok besser ok die sollen einfach nur Zeug zur Schnee und dort transportieren und scheinbar fahren die hier zurück weil es kürzer ist das kann ich mir nicht so recht vorstellen aber ja ja also ich glaube wenn ich den Hafen hier verlegt da werde ich viel viel verlieren an Ressourcen die gerade hier unterwegs sind aber wir können doch schon mal ganz vorsichtig äh schauen guck mal ob das irgendwie ach so das kann man so gar nicht testen mhm also ob es bis zum Bahnhof reichen würde ist glaube ich sehr fraglich das könnte schwierig werden ja das könnte wirklich sehr schwierig werden ja wir lassen es jetzt erstmal ich habe ja auch andere Sachen zu tun genau ähm also richtig zunehmen tut es gerade nicht ja ok gucken wir hier mal noch weiter Sandhausen schon sehr alt krebst so ein bisschen rum an am nichts war auch schon besser es ist interessant dass es abgenommen hat anschein ja aber die könnten wir eigentlich auch mal austauschen und ein paar verkaufen ja verkaufen die mal hier und der Rest wird ausgetauscht so weiter geht's Kirchheim News jetzt ist das honestly die stehen wahrscheinlich alle für die naja für diese Orangene Linie hier ok Kirchheim sieht gar nicht so schlecht aus Was ist das denn für ein Schrotthaufen hier? Ach du Schreck. Ach herrje, herrje. Die sind ja auch recht alt schon. Machen mehr oder weniger, manchmal ein bisschen was gewinnen. Ich verkaufe da auch mal drei und tausche den Rest aus. Brot, ja. Gut, okay, das sollte erstmal genügen. Gucken wir, was diese Schiffe hier so treiben. Bringen Öl. Gut. Viel zu viel Öl unterwegs. Immerhin hat's fast fast voll geschafft hier. Aha. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz voll werden. Okay. Ah ja, der hat jetzt auch schon seine Ziegel hier mit dabei, die für den Hafen hier gedacht sind und die dann von hier aus schon nach Heidelberg reingebracht werden. So, ähm, wie sieht's denn mit dem Holz aus? Wie, der hat kein Holz dabei? Ach, der hat jetzt Holz dabei. Okay. Interessant. Aber der soll natürlich eigentlich auch Holz dabei haben. Das soll doch nicht zum Spaß hier hin und her fahren. Ja, drehst du mal um. Okay. So. Was für den hier? Olla, ist da ein Zeug an Ziegel unterwegs. Ach, herrje. Der muss schon warten. Da kommt's, die Leine. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, ein Problemkind hier. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass die den, dass die das Schiff nicht wirklich nutzen wollen. Ist doch schön, also, so eine leckere Schifffahrt hier. Ich würd's machen. Gut, also sie wollen's nicht nutzen. Ich hatte ja eigentlich prognostiziert, dass das ganz gut laufen wird. Weil es so von hier aus die einzige Verbindung ist, die einzige öffentliche Verbindung hier rüber. Läuft aber nicht gut. Ich könnte rein investieren und noch zwei, drei weitere Schiffe kaufen, um den Takt zu verbessern. Der ist gerade, naja, gut elf Minuten für eine Schiffslinie. Aber sehe ich gerade nicht so richtig, ob das dann wirklich besser wird. Oh man, da ist ja richtig Stau hier. Ja, komm. Hier fehlt's auch ein bisschen an Holz. Also der ist auf Maximum. Wird auch alles abtransportiert und verschickt. Die hier verschicken aber wieder nicht alles. Interessanterweise. Also ich nehme an, die brauchen einfach noch ein bisschen mehr Holz. Das ist die Frage, wo nehmen wir das her. Aus dem Walde. Boah. Das ist schon ein bisschen masochistisch hier veranlagt, wenn ich sagen würde, die sollen das Holz von da oben holen. Boah. Aber, ähm, es würde allen zugutekommen. Ist auch gerade nicht so richtig verständlich für mich, dass der hier 400 produziert, aber trotzdem nur so wenig dort ankommt, irgendwie. Äh, wir erinnern uns hier, wir haben hier auch diesen Steinbruch, der ebenfalls 400 produziert, und der knallt dieses Ding so unfassbar voll auf Stufe 4. Also irgendwie läuft da was anders. Also das müsste doch eigentlich gleich effektiv sein, hier dieser Steinbruch, wie der Wald. Also, ich verstehe nicht, warum hier, der hier nicht so viel produziert. Ach, der hat auch nur zwei Stufen. Ich verstehe. Ah, ha, aha. Deswegen hängt er wahrscheinlich auch hier bei Versand, bei 100. Weil er hier auch genau in der Mitte steht. Na gut. Ich weiß es nicht, aber es wäre vielleicht gar nicht so eine doofe Idee, jetzt, ähm, hier mal noch ein paar, noch weitere Linien einzurichten. Und ich sehe das gerade so ein bisschen vor mir. Wir machen hier eine Zwischenstation rein. Da legen die die Bretter ab und können das Holz da mitnehmen. Das heißt, die fahren auch in beide Richtungen voll. Ähm, hier kommt eine neue eigene Linie, die bis hierher fährt. Die kann dann auch Ziegel mitnehmen. Das Ganze wird dann hier hochgetragen. Hier werden Siegel abgeliefert und eben Holz übergeben. Klingt das gut? Ah. Oh, schöner Wald. Oh, schöner Wald. Ja, es klingt, äh, ganz gut, würde ich sagen. Dann wollen wir uns das auch gleich mal angucken hier. Erstmal das Ganze so ein bisschen ausbauen. Und sind schließlich hier modern. Also ich finde immer noch, dass es hier ein Bug ist, dass die Straßen so derartig ausbauen, also mit der kleinsten blöden Straße, die es gibt. Also es kann eigentlich so nicht gewollt sein. Busspur reingehauen. Busspur reingehauen. Busspur reingehauen. Ein Tröttel. Ja, also es kann eigentlich nicht gewollt sein. Finde ich sehr merkwürdig. Jetzt auch immer eine blöde Buss... Nicht zu fassen. Keine beknackte Busspur. So. Lassen wir uns mal gut sein hier. Ja, komm. Die Straße bis nach Wilhelmsfeld wird geteert sein. Ah, das ist ein armer Ort. Da gibt es wirklich nichts. Ja, gut. Morbide. Morbide. Ja, okay. Ich verstehe schon hier. Vielleicht vorher ein bisschen... ...fletten müssen hier. So. Ja, ist doch super geworden hier. Ja. Ich hoffe, es reicht. Also es geht. Irgendwie geht das schon. Gut, von mir aus. Okay, also da brauchen wir eigentlich drei... ...plattformen. Nichts so einfach ist das. Okay. Gut. Teil 1 können wir da gleich schon machen. Das wäre hier, die Linien umzulegen. beziehungsweise zu verändern. Beziehungsweise zu verändern. Gut, machen wir diese neue Linie hier. Und packen die Fahrzeuge, die jetzt gerade da drauf sind, einfach auf diese Linie. Okay. Okay. Der hat nicht für seine Ladung verloren, weil das Ziel das gleiche ist wahrscheinlich. nicht. Aber ich glaube, im alten Transportfieber hätte es, wäre das auf jeden Fall in die Hose gegangen. Gucken wir mal, der hat auch gerade vier geladen. Oder? Ah, tatsächlich, er behält es. Das ist ja toll. Ohne Sache. Gut. Jawohl. Und dann machen wir eine Station hier hin und die hier kommt weg. Okay. Also, wie sieht es hier mit dem Takt jetzt aus? 37, 35 von mir aus. Und hier... 18. Also... Ich mache hier mal noch ein bisschen was hier hin. Na gut, okay. Das braucht ja zwei Stämme, um ein Brett herzustellen. Von daher ist es okay, wenn das hier schneller ist. Gut. Das heißt, es kann jetzt schon mal weiterlaufen. Oh Mann, das dauert vielleicht. Ah, da liegen jetzt auch langsamer die ersten Ziegel hier. Ist mir ein Rätsel, warum diese trotteligen Züge Getreide hier anbringen und Getreide wieder mitnehmen. Von mir aus. Sollen Sie das bitte tun? Wo ist mein Superzug? Hat schon was geladen? Nee, noch nichts. Okay, der sorgt natürlich jetzt gerade auch für einen ordentlichen Verlust hier. Ist ja klar. Gut, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine schöne Plattform reinstellen können. Ah ja, na gut, das geht ja einigermaßen. Gut. Gut, da machen wir dann diesen Transfer von hier bis dort. Beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht nötig. Die brauchen ja nicht hier unbedingt Abwechslung. Die können ja ihre... Die nehmen ja nur Holz mit runter und dann Ziegel mit hoch und wieder zurück. Dann brauchen wir eigentlich gar keine Plattform und können die das auch unterwegs rauswerfen. Umso besser. Spart eine extra Linie. Gut. So. Aber hier muss eine Plattform hin. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Ja, das ist wirklich episch hier. Sehr schön. Ich freue mich auch wirklich, dass ich jetzt hier endlich mal anfange, diese Waldwege hier einzubauen. Okay, also neue Linie. Fange ich an. Peterstal-Transfer. Geh mir ganz auf so eine Waldfarbe irgendwie. Genau. Ausgezeichnet. Da werden die LKWs natürlich eine ganze Weile unterwegs sein. Äh, da könnten wir eigentlich rum einen Wagen nehmen. Mal gucken, ob es das gibt. Gab es doch irgendwo. Ah, hier. Genau. Holz wird runter und Ziegel wird hoch. Bestens. Greifen wir mal ein bisschen tiefer in die Tasche. Das ist schließlich ein zweiter Weg. Peterstal-Transfer, genau. Gut. Der Takt ist hier jetzt mal nicht so wichtig. Das ist ja nur eine zusätzliche Unterstützung für das Holzwerk hier. 127 Sekunden. Ja gut. Für Güter ist das schon ein bisschen wenig. 78. Okay, na gut. Gucken wir mal, wie die mit denen zurechtkommen. Hier kommt wieder einer, der Bretter mitnehmen will. Ja, gut. Und die mit dem Holz, äh, mit den Ziegeln, die kommen einfach nicht klar, habe ich das Gefühl. Das ist einfach, das ist einfach für die zu viel. Ich tendiere gerade doch dazu, die mal wieder auszutauschen gegen größere Schiffe mit ihren 130 Kapazität hier. Könnte aber dann natürlich sein, dass es dann zu viel wird. So wie es auch hier so ein bisschen viel ist gerade. Ja, aber die kommen klar. Gut. Na gut. Heidelberg macht sich gut. Okay. Endlich kommt dir mal was an Holz an. Ich weiß nicht, es ist jetzt wirklich die erste Fuhre Holz seit Jahren. Lass uns doch mal rausfinden hier. Ja. Tatsache. Brutal. Oh ja. Ziegel gibt es hier mittlerweile auch. Ein bisschen. Also wenn es so ist, dass die Ziegel hier verschimmeln, dann tausche ich das jetzt sofort aus. Da wollen wir nicht mal so lange rummachen. Sechs Schiffe. Ist natürlich, äh, kostspielig. Aber gut. Ähm. Ja gut, wir können ja nur die hier nehmen. So viel mehr ist es ja jetzt nicht, was die dann transportieren können. Ah gut. Also es sollte besser werden. Super. Okay. Was wollte ich jetzt noch machen? Eigentlich Wibling. Ich könnte hier, äh, so eine, so eine Buslinie bauen, die diese vier, fünf Ortschaften hier verbindet. Wie wär das? Ah, ich glaub, das mach ich in der nächsten Folge. Also, wär schon sinnvoll. haben wir jetzt bekommen. Ich denke, das war er dann in der nächsten Folge. Zusammen mit dem Passagierzug, der dann hier drauf soll. Ja, genau. Ich würde sagen, das reicht jetzt schon wieder dann in der nächsten Folge dann auf jeden Fall, dieser Passagierzug. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem wunderbaren Bahnhof hier. Okay, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich unendlich, dass ihr meine Sachen anschaut. Kommt beim nächsten Mal wieder, lasst mir ein Like da und kommentiert schön und macht's gut. Habt einen schönen Tag.